Willkommen zu einem neuen Part von Crash Bandicoot The Huge Adventure. Ich werde jetzt versuchen, hier den zweiten Diamanten einzusammeln. Dafür brauche ich ja gar nicht alle. Und ich nur schnell zu dieser... Jawohl. Zu diesem Geheimversteck, das wir schon gefunden haben. Ja, okay. Nicht Geheimversteck zu gefunden. Ja, wo halt auch so eine komische... Bonus-Level-Platte war. Ja, und immer... Der überrascht mich irgendwie immer. Jawohl. Jawohl, den hat ich noch erwischt. Jawohl. 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 Jetzt sterbe ich eh. War klar. Ja, zurück geht's da leider nicht mehr. Also man muss das Spiel schon kennen und diese... Ich glaube, ich muss mich da einfach mal informieren, auch wenn's gespoilert ist, ähm... Wie das da funktioniert. Eigentlich kann ich doch jetzt... Komm. Workroom. Ich kann ja nicht mehr damit nichts mehr anfangen. Okay. Das wäre das nächste Level, womit... Und wir versuchen, alle Kisten einzusammeln. Ja, ich hab auch Reaktionsformen... Ja, ich hab auch Reaktionsformen in der Zwischenzeit trainiert. Nur drauf konzentrieren, das ist noch ein einfacher Level. Also nur drauf konzentrieren, alle Kisten einzusammeln. Jawohl. Nein, komm. Jawohl. Also bis jetzt haben wir alle, oder? Auch die... Die sind fies. Schnell. Jawohl. Nein. Jawohl. Okay. Find ich auch gut. Aber ich bin schneller, oder? Komm. Komm. Jawohl. Jawohl. Komm. Jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Boah. Boah. Nee. Egal. Komm ich auch noch so dran. Drei, vier, fünf. Jawohl. Jawohl. Haben wir alle? Mal gucken. Ja, 22 von 22. Das heißt, im Bonus läuft auch alle. Ja, ist klar. Ja, wir haben es geschafft. Jawohl. Also ich werde erstmal alle Diamanten einsammeln und dann noch Zeit. Wir haben ja noch was auf Zeit. Och. Jetzt können wir es eh vergessen, alle. Jetzt sind dann nämlich nicht mehr alle. Obwohl, nee, nur die Äpfel sind nicht mehr da. Ja, Bonuslevel sind zum Beispiel nicht mehr da. Nur reichen diese blöde Uhr reingelaufen. Also war cool. Also war cool. Ja, so. Nicht mehr hoch springen. Ja. Ja. Jetzt ist es Bonuslevel frei. Gut. Ja, jetzt ist es Bonuslevel frei. Ja. Jetzt brauchen wir es. Okay. 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 Also ich merke auch, die Bonuslevel sind schon anspruchsvoller. Ach komm. Ja. 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 Moment. Jetzt haben wir es geschafft. 47 von 47. Okay. Okay. Sachen. Sachen. Samo. Nicht. Also mir ist hier zu viel TNT. Eindeutig. Eindeutig. Na komm. Wie schon braves Röpschen. Ey. Ja. Kann mir mal jemand erklären, wo ich da an die Kiste gestochen bin? Kann mir mal jemand erklären, wo ich da an die Kiste gestochen bin? Mach ich es halt so. Muss ich nicht mehr so nah an die Kiste dran. Boah. Hab ich grad schon gedacht. Wow. Ein Labern. Slay und die Labern. Ja. Da wüsste ich gerne, wie man da rankommt. Es sei denn, da hinten ist ein nitro zerstörendes Ding. Ach komm. Ja. Ist. Sehr schön. Jetzt müssen wir zurücklaufen. Und jetzt können wir auf die. Ja. So hab ich mir das gedacht. Ich frag dich wahrscheinlich, warum ich jetzt nicht rutsche. Oh yeah. Also du baut mir schon Speed auf, aber keine Ahnung, auf der Tastatur ist das ein bisschen schwer das dann zu kontrollieren. Ah. Komm geht alles kaputt? Nein. Natürlich nicht. Ich hab meine Tränen kann das kaputt gehen, alles. Wie geht das alles? Clean? Ja. Da hab ich früher immer gefragt, wie das geht. Okay. Okay. Also ich hab mir eigentlich vorgestellt, dass es ein Eisleven zum Beispiel das Problem wird. Aber es wird jetzt auch kein Problem. Nein, da kann man es nicht mehr schaffen. Okay. Ja. Dann geht's zum nächsten Part weiter mit dem hier. Und ich informiere mich, wie man diese Edelsteine... Ah. Ich hab ne Idee. Moment. Irgendwann muss da doch ein roter sein. Egal. Also bis zum nächsten Part und tschau. Ja. Ja.